Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Wege zeigen, wie du online Geld verdienen kannst. Es handelt sich hierbei um ein paar vielleicht exotische Einkommensströme, nämlich Themen wie zum Beispiel Kunst verkaufen, 3D-Designs verkaufen oder auch zum Beispiel solche Dinge wie Transkriptionen, das heißt Dinge vielleicht, die ich bisher noch nicht besonders tiefgehend besprochen habe. Ich werde dir wieder so ein bisschen zeigen, wie, sag ich jetzt mal, diese Plattform funktionieren, möchte mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie viel Geld du dort verdienen könntest, möchte vielleicht nochmal ein paar Kombinationen dir auch erklären, nämlich wenn du beispielsweise nur auf einer einzigen Plattform hochlädst, dann ist das meist nicht besonders profitabel. Man sollte grundsätzlich probieren, immer ein bisschen mal links und rechts zu gucken und die Fühle auszustrecken, um weitere Einnahmequellen aufzubauen und über all diese Dinge werde ich mit dir hier in diesem Video sprechen. Ich würde mich übrigens sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest. Wenn dir dieser Content gefällt, dann klick einfach unten auf den Abonnieren-Button. Aber gut, fangen wir mal an mit dem ersten Einkommensstrom. Dieser nennt sich Artfire. Für all die Leute von euch dort draußen, die künstlerisch begabt sind, für euch ist Artfire, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Plattform. Was genau ist das für eine Plattform? Es ist einfach nur eine Plattform, wo du deine selbstgemachten Gegenstände hochladen kannst. Seien das zum Beispiel irgendwelche Kleider, die du designt hast oder Ringe oder grundsätzlich Schmuck oder vielleicht hast du ja irgendwelche Holzgravuren gemacht oder du kennst dich aus mit Dingen wie, sag ich jetzt mal, Siebdruck und kannst zum Beispiel einen tollen Siebdruck für Leute erstellen und so weiter und so fort. Solange du Dinge selbst mit deinen Händen erschaffen kannst und du, sag ich jetzt mal, irgendwie künstlerisch begabt bist, in diesen beiden Fällen ist definitiv Artfire für dich eine interessante Plattform. Nämlich auf Artfire kannst du zum Beispiel, wie wir es hier oben sehen, Jewelry hochladen, Sachen für zum Beispiel Hochzeiten, dann Clothing and Accessories, also praktisch Klamotten, dann, wenn du zum Beispiel etwas für Kinder herstellst, auch jederzeit, ja, also praktisch einfach nur irgendwelche vielleicht Spielzeuge für Kinder oder ähnliches, dann natürlich Home and Living, vielleicht Deko und sonst Craft Supplies and Tools und sonst auch nochmal Entertainment. An sich ist Artfire nicht besonders viel anders von Plattformen wie zum Beispiel Etsy. Ich persönlich finde Artfire und Etsy eigentlich gleich gut, um ehrlich zu sein. Vielleicht hat Etsy nochmal ein bisschen höhere Reichweite und vor allen Dingen auch über Google rankt uns oder grundsätzlich bei Suchmaschinen ranken Etsy-Shops meistens sehr viel besser als Artfire-Shops, ist es aber praktisch einfach nochmal eine weitere Option. Auch hier hast du wieder organische Reichweite, praktisch genau wie bei Etsy und es gibt auch wieder von den Curatern hier Picks, das heißt die Leute, die die Plattform leiten, da gibt es solche sogenannten Curators, die praktisch auch nochmal sich die ganzen unterschiedlichen Produkte angucken und wenn zum Beispiel ein bestimmtes Produkt den Leuten sehr gefällt von Artfire, dann können sie halt dieses Produkt auch für dich promoten und zum Beispiel auf die erste Seite bringen und so weiter und so fort. Dann die nächste Plattform ist eher ein Distributionstool und dieses nennt sich Smashwords. Für all die Leute, die nach anderen Optionen suchen als Kindle, für die wäre vielleicht Smashwords eine gute Option, nämlich Smashwords macht folgendes, die publizieren halt und verkaufen halt deine Bücher über viele, viele andere Plattformen, wie zum Beispiel Barnes & Noble, Script, Tolino, Apple Books und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst mit praktisch dieser Plattform deine Bücher auf allen möglichen anderen Plattformen verkaufen und erhältst dann halt sogenannte Royalties ausbezahlt. Das sind dann praktisch halt einfach deine Einnahmen, die du aus deinen Büchern generiert hast. Natürlich grundsätzlich macht es immer Sinn zu sagen, okay, man publiziert die Bücher zum Beispiel halt über Kindle oder man publiziert sie über Smashwords. Es ist übrigens nicht erlaubt, die Bücher über Kindle und über Smashwords zu verkaufen. Du kannst dich halt immer nur für eins von beiden entscheiden. Du kannst also jetzt nicht zum Beispiel sagen, gut, dann packe ich sie halt auf Kindle und ich packe sie auf Smashwords, außer du entscheidest dich dafür halt, die Bücher wirklich nur zu einem bestimmten Preis anzubieten, sodass du halt nicht ins KDP-Programm fällst, sondern einfach nur ins Kindle-Programm. Das, wie gesagt, ist eine Option. Ich glaube, ich persönlich publiziere übrigens meine Bücher nicht über Smashwords. Ich glaube, bei Smashwords sollte es keine Exklusivitätsklausel geben, die Kindle ausschließt. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Da vielleicht nochmal nachschauen. Es könnte nämlich dann sein, wenn dem tatsächlich so wäre, dass wenn du deine Bücher über Smashwords publizierst, du sie nicht über Kindle publizieren darfst, aber davon gehe ich nicht aus. Ich denke, wenn du halt deine Bücher über Kindle publizierst und nicht über das KDP-Programm und gleichzeitig deine Bücher über Smashwords publizierst, ist das definitiv keine schlechte Option. Grundsätzlich würde ich folgendes empfehlen, nämlich deine Bücher hochladen auf Smashwords, dann halt die Bücher auch nochmal hochladen über das ganz normale Kindle-Programm und vielleicht nochmal die Bücher self-hosten über solche Plattformen wie Gumroad und die dann vielleicht nochmal ein bisschen höherpreisiger anbieten und eigene Evergreen-Funnels bauen, sei das zum Beispiel eine Paid-Advertising-Kampagne oder sei das zum Beispiel YouTube-Videos, die du publizierst und in denen du auf dein Buch hinweist, sei das zum Beispiel eine Webseite, du hast einen Blog und so weiter und so fort. Dann die nächste Einnahmequelle, die ganz interessant ist, ist Remote.co. Zum Beispiel ein Weg, den ich persönlich immer sehr, sehr interessant finde, Geld zu verdienen, ist durch sogenannte Remote Jobs. Zum Beispiel, wenn ich eines Tages tatsächlich mal zu einem Job zurückkehren müsste, das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Firma kein Geld mehr finde und aus irgendeinem Grund auch mein ganzes Geld, das ich angespart habe, weg sein sollte, wovon ich definitiv nicht ausgehe. Aber nehmen wir mal an, das würde tatsächlich passieren, dann ist natürlich so eine Plattform wie Remote.co sehr, sehr, sehr attraktiv für mich. Warum? Weil es sich dabei um Remote Jobs handelt, das heißt ortsunabhängige Jobs. Du kannst diese Jobs, solange du meistens einen Telefonanschluss oder halt eine Internetverbindung hast, von überall in der Welt machen. Das heißt, du kannst am Strand in Thailand liegen, du kannst in Urwäldern des Amazonas sein und so weiter und so fort. Du kannst wirklich von überall aus arbeiten. Und das finde ich persönlich sehr attraktiv, weil ich mir grundsätzlich geschworen habe, dass ich nie wieder in einem Büro sitzen werde. Also nicht in einem herkömmlichen Büro, wo ich für eine andere Person arbeite. Vielleicht habe ich immer eines Tages ein richtiges Büro mit vielen Mitarbeitern, wer weiß. Derzeit, wie gesagt, ist das bei mir nicht der Fall. Grundsätzlich probiere ich halt immer, mein Unternehmen so aufzusetzen, dass ich es halt von überall aus leiten kann. Ich möchte auch grundsätzlich mein Unternehmen mit Spaß leiten, nämlich ich bin so eine Person, die sagt, okay, mir ist es auch wichtig, dass ich einfach Freude bei meinem Arbeiten habe. Und wenn ich dafür zumindest ein bisschen Geld einbüßen muss, dann ist das halt so. Zum Beispiel, ich könnte mich definitiv dafür entscheiden zu skalieren. Und ich könnte sagen, gut, dann baue ich halt ein Team auf, dann hier miete ich mir ein Büro und habe dann meine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und vielleicht würde ich damit mehr Geld verdienen. Bloß, was ich derzeit einfach nur noch vielleicht auch zu diesem Punkt hier sagen wollte, ist das Folgende. Nämlich, wenn du praktisch für ganz, ganz viele Jahre in so einer Situation bist, wo es dir nicht Spaß macht, an deiner Firma zu arbeiten, wirst du halt einfach nicht glücklich werden. Und vor allen Dingen, auch in meinem Fall ist es so, dass ich mir denke, ich bin noch jung, ich habe das große, nicht unbedingt das Glück, aber ich habe die große Freude, dass ich halt sehr jung bin und sehr gutes Geld verdiene. Und für mich persönlich ist es einfach wichtig, diese Jahre auch zu nutzen. Das heißt, dass ich nicht nur für die nächsten zehn Jahre unter dem Büro sitze und dann mit 30, 40 anfange zu reisen. Nein, ich werde definitiv auch jetzt viel, viel rumkommen, werde viel erleben und so weiter und so fort. Und nebenbei natürlich weiter noch mein Unternehmen weiter skalieren. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte aber kein Unternehmer werden, ich möchte nicht dieses Risiko haben, ein Unternehmen aufzubauen, dann vielleicht ist remote.co für dich eine ganz sinnvolle Plattform, weil du dort jederzeit nach Remote Jobs suchen kannst. Und übrigens, viele von diesen Jobs benötigen keinesfalls einen universitären Abschluss. Das heißt, wenn du zum Beispiel keinen Bachelor oder Master hast und vielleicht noch nicht mal ein Abi hast, ist das absolut gar kein Problem. Es gibt hier viele, viele Jobs, die gutes Geld zahlen und wo du auf jeden Fall remote arbeiten kannst. Übrigens, zum Beispiel für all die Leute, die vielleicht, ja, sich für etwas oder für so etwas zu schicklich sind. Zum Beispiel Inbound oder Outbound Call Center kannst du auch von überall aus der Welt machen. Gerade wenn es halt zum Beispiel um Kundenakquise geht, sind die meisten Firmen da sehr, sehr locker mit, dass sie einfach sagen, okay, du kannst halt von überall aus der Welt arbeiten. Musst halt bloß schauen, dass du jeweils halt in diesen Ländern nicht eine zu teure Flatrate hast und da hunderte von Euro ausgibst für Telefongespräche, bloß wenn du halt zum Beispiel Inbound oder Outbound machst. Outbound verdienst du gerne mal 3, 4 Netto im Monat. Bei Inbound verdienst du sehr, sehr viel weniger. Bloß zum Beispiel hier gibt es auch auf remote.co halt wirklich Jobs, wo du Outbound mit halt Boni drauf gerne 3, 4 im Monat verdienst. Sicherlich ist halt das Base Salary, das Grundgehalt, sag ich jetzt mal, liegt bei vielleicht, naja, 2 ungefähr, ja, bei 2 Netto oder so müsste es sein. Es kann aber gut sein, dass du halt auch durch Boni sehr, sehr viel mehr verdienst. Und übrigens, wenn du einen Remote-Job hast, kannst du jetzt auch nochmal auf der anderen Seite andere Dinge machen. Kannst vielleicht nochmal ein paar weitere kleinere Einnahmequellen dir aufbauen. Übrigens, Tipp ja an dich ist auch nochmal der folgende, nämlich stell dir zum Beispiel mal Folgendes vor. Nehmen wir mal an, du bist nun, du bist ein Frühaufsteher. Du stehst um 6 Uhr morgens auf und arbeitest an deinem Remote-Job für 8 Stunden am Tag. Von 6 bis 14 Uhr, dann bist du durch. Und dann kannst du den ganzen Tag machen, was auch immer du möchtest. Zum Beispiel, ich bin grundsätzlich eine Person, ich stehe derzeit relativ früh auf, weil ich halt einfach den Tag extrem nutzen möchte. Das heißt, ich stehe zum Beispiel auf, 5, 5.30 Uhr, fange an zu arbeiten und dann, wenn ich zum Beispiel 10 Stunden arbeite, bin ich halt um 15 Uhr mit allem fertig und kann dann auch den ganzen Abend machen, was auch immer ich möchte. Das tue ich zwar nicht, weil ich ein Workaholic bin, aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich möchte einfach nur einen Job annehmen, Remote.co könnte hier eine wirklich, wirklich sinnvolle Option sein. Und vor allen Dingen gibt es hier viele Jobs, die auch wirklich Spaß machen. Gut, dann scrollen wir mal runter und machen weiter mit Ponoko. Ponoko ist eine Plattform, wo du deine 3D-Designs hochladen kannst. Nämlich, hier sehen wir folgendes, es gibt derzeit auf der Plattform, soweit ich weiß, ziemlich nur 10.000 Designs, können auch wahrscheinlich schon mehr geworden sein. Und diese Designs fangen halt an von 18 Dollar. Du kannst halt jederzeit deine Designs hier hochladen und die Plattform druckt dann für dich diese 3D-Designs aus. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein talentierter 3D-Designer bist, ist das hier auf jeden Fall für dich eine Plattform, die sich lohnen könnte. Es müsste ponoko.com sein. Deswegen schaut dort einfach mal vorbei. Nämlich, die machen das praktisch in ihrer Firma. Du müsst dich nicht mehr darum kümmern, diese 3D-Designs selbst auszudrucken. Die schiffen das Ganze dann zu dir. Und es gibt sogar noch eine 365-Tage-Geld-Zurück-Garantie, was ich einfach nur verrückt finde. Aber gut, das ist anscheinend deren Versprechen. Sonst, du kannst halt hier deine Designs hochladen, kriegst dann Royalties ausgezahlt. Und diese Royalties sollten dann, glaube ich, an dein PayPal-Konto gehen. Schaut aber auf jeden Fall nochmal in die Nutzungsbedingungen rein. Und dann haben wir noch die letzte Plattform, die ich grundsätzlich immer empfehle, wenn du ganz, ganz kleine Summen Geld verdienen möchtest und du vielleicht einfach jeden Tag, weiß nicht, 20 Minuten im Bus sitzt und vielleicht diese Zeit effektiv nutzen möchtest. Da könnte GoTranscript für dich eine wirklich interessante Option sein. Nämlich bei GoTranscript erstellst du Transkriptionen, was einfach nur bedeutet, du erhältst halt eine MP3-Datei. Diese MP3-Datei sollst du abschreiben. Das heißt, alles, was gesagt wird, soll in Text umgewandelt werden. Und du erhältst hier halt auf der Plattform für kleinere Aufträge so 5 oder 10 Dollar oder 20 Dollar mal. Und es kann gut sein, dass du von diesen kleinen Aufträgen, wenn du halt den ganzen Tag arbeitest, vielleicht 6, 7 ungefähr schaffst. Das heißt, du bist vielleicht bei 60, 70 Dollar am Tag. Das ist jetzt keine horrende Summe. Ich habe auch nie gesagt, dass auf GoTranscript du Multimillionär wirst. Keinesfalls. Aber wenn du halt zum Beispiel wirklich nicht weißt, wie man online Geld verdient und du möchtest eine ganz, ganz simple Aufgabe haben, dann ist GoTranscript hier auf jeden Fall eine gute Option. Das, wie gesagt, waren nun 5 unterschiedliche Einkommensströme, die du dir online aufbauen kannst. Welcher von den Einkommensströmen ist für dich am attraktivsten? Schreib es doch gerne in die Kommentarsektion. Übrigens, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.